So, shalom, shalom meine Söhne. Ah, wir gucken uns heute mal ein neues Spiel an. Ah, perfekt, da wird direkt angerufen, ja. Mensch, gleich, gleich, mein Sohn, gleich. Moment, jetzt muss ich mal was umstellen hier. Wer direkt belästigt hier. Ja, auf jeden Fall probieren wir heute mal ein neues Spiel aus. Ist ja, glaube ich, erst heute raus, der Bums. Ja, ist auf jeden Fall meine tolle Schildkröte hier, ne. Ich hab auf jeden Fall eine Runde mal gespielt und wir gucken einfach mal, ob das heute Sinn macht. Und, ja, ich guck mal hin, was der andere hier will. Vielleicht spielen wir schon mal nicht alleine oder so, mal gucken. Ah, jetzt wollen sie alle spielen hier. Jetzt ist, ja gut, dann sind wir auf jeden Fall schon mal nicht alleine. Ist auch nicht schlecht. Ja, Gruppe ist auch am Start. Geh mal rein hier in den Bums. Hallo. Hallo. Was? Das hört man nicht. Ja, die Musik ist viel zu laut, kann das sein? So, was ist bei mir jetzt hier? Habe ich jetzt Freunde hier oder was? Ja, not mine. Ja, warte, ich muss erst mal klarkommen hier mit den Bums. Ich bin auch nicht mehr der Jüngste. Ja, ihr macht direkt Einladung, Digga. Was für J. Achso, mal KY drücken, okay. Ist das mit Tastatur? Nein, da stand gerade J. Ich habe einen Controller in der Hand. Den schiebe ich mir jetzt mal unten rein. Digga, werde ich auf einmal rausgetappt, steht da. Online-Monus. Was für... Ach, komm. Ausstehend, 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 bereit. Aber man hat eine Maus hier weg. Ich freue mich, weil du uns geht. Bums. Ich verstehe nicht, warum man standardmäßig... Ja, dort direkt Mustern, Alter. Was geht denn bei dir? Du bist direkt der Bulle oder was? Ich finde, wie lange hast du gespielt? Drei Stunden. Ich habe Tutorial gemacht. Ja, und ich auch. Ich habe den trotzdem nicht gekriegt. Digga, das ist ja übelst wild. Guck dir meine Dreckskarren an, Alter. Guck dir meine Dreckskarren an. Das habe ich bekommen. Merchschmutz. Hätte man hat das geschenkt bekommen, alles. Ja, Post. Hast du hier Post und so geguckt? Was für Post? Post und tägliche Belohnung. Ach so, Post. Ja, guck ich gleich. Oh Mann. Der wundert sich, warum er nicht hat. Ja, ich habe nur so eine hässliche Schildkröte, aber egal. Geht es auch mal los hier oder was ist los hier? Das ist keine Schildkröte. Mein Auto, doch klar ist das eine Schildkröte. Was ist denn das sonst? Digga, ich dachte erst, das wäre ein Kürbis mit dem Kopf vorne dran, Digga. Ja, ein Kürbis, Alter. Nein, Mann, das ist meine Schildkröte. Ja. Ja. Wie kam es auf deinen Namen? Was? Einfach so, weil ich zu schnell für euch bin. Ah, okay. Amk. Ja. Genau. Weißt du, wo ich für Amk stehe? Für Amina Koi. Wer lädt denn hier so lange? Ach so, René. Ach, nächster Tipp. Hä? Ach so, nee. Lädt noch. Ja, du musst auf René noch warten. Siehst du doch, der Ladeball. Ach so, ja stimmt, der Ladeball. Du siehst das ja. Oh Mann. Ich hoffe, die Steuerung warst. Wie jetzt ein Ratsport? Jetzt einfach am drinken, Alter. Ey, der ist rausgebläht, äh, Dings. Perfekt. Ich hoffe, die... René, bist du da? Ey, die haben ein Eichen geklaut. Was soll der Scheiß? Digga, jetzt kriegen so eine Engelsflügel. Ja, René, ist auch rausgeflägt, so. Ja, ich habe euch gegeben. Ach, ich gebe dir gleich, Digga. Hey, da habe ich wirklich. Hey. Bei mir ist noch Beitritt. Ja, das war's für René, Alter. Digga, es gibt eine Rückfahrkamera unten links, wenn jemand hinter dir ist. Ja, ich weiß, habe ich auch gesehen, aber irgendwie ist sie voll Schmutz. Die geht so in zwei Bilder pro Sekunde voran, irgendwie, ich weiß auch nicht. Ja, aber man sieht, auf welcher Seite er ist. Digga, noch. Yo. Digga, ich muss jetzt erst mal durch die Scheiße durchblicken hier. Was ist das? Ist ja richtig wild hier. Ich sehe René, wie er da am Start. Der bringt immer noch... Wie er immer noch am Start da steht. Der ist ja einfach eine Wand, Alter, wenn man da reinfährt. So eine Kuhle. Aber jemand hat überholt. Was ist denn das hier? Was ist das? Ja, das ist auch kein Mal. Ah, warte mal. Man kann, glaube ich, zwei einsammeln. Ich lasse den jetzt mal drin hier. Jetzt haben wir noch einen ein. Ah, perfekt. Man kann beide einsammeln. Dann kann man aussuchen, welchen man nimmt. Ah, stimmt. Interessant. Um zu wissen. Ich weiß aber alles nicht, was das bedeutet. Deswegen nehme ich einfach alle auf einmal. Das Nitro ist ja easy. Den Rest kapiert hier auch noch nicht. Nee, irgendwie so eine Rakete mit, äh, ich weiß nicht, was du... Achso. Hä? Digi, ich schicke das gar nicht hier auf. Aber er holt mich der eine die ganze Zeit. Wir sind in einem Team. Und er schießt auch nicht. Was soll das? Perfekt. Vielleicht checkt er das Game auch nicht. Hihihi. René, einfach Profi. Durch ihn gewinnen wir. Ja. Ich bin gar nicht mehr. Ich bin, äh... Gar nicht mehr fahren. Der Drift macht ja gar keinen Sinn hier. Dann bremsen wir ihn ja voll ab. Das spielt auf jeden Fall. Muss ich auf jeden Fall, äh, nur bei engen Kurven benutzen. Wenn's eng wird, ne? Wir verlieren auch wegen René. Ach, wir sind die Profis. Ich hol gleich alles auf hier. Digga, was hat er genommen? Wenn ich mal was Vernünftiges krieg hier. Immer nur Pilze hier. Mal hab' dir Scheiße. Ach, was sind das hier für ne... Kack, Engelsflügel, Digga. Wer braucht diese Engelsflügel? Digga, was ist das für ne hässliche Lacher, Alter? Was ist denn bei dem los? Klingt, als wenn er erwürgt wird. Wer? Ja, mein Charakter. Der macht so... Ja, der hat ja auch den Mund zu, du Idiot. Ja, aber trotzdem. Ich bin ja richtig leid. Oh je. Ich bin schon wieder erster geworden. Ja, wir sind nachher auch noch da, würde ich sagen. Jetzt machst du den Gronkh oder was? Ja, ja, den Joke wollte ich gerade bringe und dir das erzählen. So, meine Freunde, heute geht's in deinem neuen Spiel. Oha, vier Teams. Ich weiß gar nicht, wie viele Strecken es da überhaupt gibt. Keine Ahnung. Auf jeden Fall sind die nicht so abgezockt wie Mario Kart. Ich hab mich umbenannt, weil Fistus nicht so freundlich ankommt. Was ist das, ne Kutsche? Fistus ist ein bisschen zu wild gewesen. Der hat ne Kutsche, was? Ach ne, Minenwagen. Nice. Aber ist schon länger die Umbenennung eigentlich. Also, wird schon Salz. Bei Seite. Hey, was ist denn das für ne Scheiße? Ich weiß nicht, wie man das hier umstellt, die Kacke. Ich krieg wieder nix geschissen hier. Wie war die Benutzung der Sachen? Ich blick gerade selber nicht durch. Ich hab gerade ne Rakete gehabt, aber irgendwie hat die nicht abgeschossen. Keine Ahnung wieso. Komische Sache irgendwie. Boah, ich bin erster. Beiseide. Platz hier. Ah, der war ne No-None, Digga. Go away. Gib mir mal ein bisschen Windschatten. Danke. Oh, 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 mich trifft es natürlich wieder, ne? Mich trifft es natürlich wieder. Es wird magnetisiert hier. Ah, perfekt. Ey, ich kann nicht mehr fahren. Was ist das für ne Scheiße? Ach, Mann, das ist so wirklich. Ganz großer Schmutz. What the fuck war das? Hey, ich wurde einfach angehalten in der Luft. Das sind doch so Items. Ja, ich bin, komm grad einfach nicht mehr lenken wegen diesen Magneten. Der ist ja gar kein Vorteil für mich dann. So, das ist das Einzige, was gut ist. Hier ein bisschen Nitro. Ey, ich muss erst mal klarkommen, ey. So, jetzt muss ich mal wieder ein bisschen aufholen hier. Zack. Diese Engelsflügel verstehe ich auch nicht. Man kann die nicht mal abgeben, oder? Schutz, glaube ich, oder so. Ne, Schutz ist das andere mit diesen Superman-Zeichen. Krieg da nicht durch, Digga. Hä, jetzt verschwinden Kisten einfach so random. Oh. Naja, aber schön, dass du wieder da bist. Nach der Unbenennung. Weil der Name ist jetzt auch ein bisschen, weiß nicht, der passt ein bisschen besser zu mir. Ist so ne Mischung aus Vor- und Nachname und so. Bei Jesus Fistus haben sich auch viele genannt, und da habe ich irgendwie gedacht, das passt irgendwie nicht so. Aber ich habe versucht. Ich musste erst mal klarkommen. Ich hatte so einen komischen Magneten, der keinen Sinn gemacht hat. Ich hoffe, wir haben verloren, deswegen. Ja, mein Gott. Da kommen wieder bessere Zeiten, würde ich sagen. Jetzt mal mehr Kohle gescheffelt hier. Digga, aber ich mag einen anderen Charakter, der wirkt mir zu viel rum hier. Ja, jetzt würde ich hier ein bisschen Action sehen von dir, oder? Ich habe mein Bestes. Ach, guck mal, das sind jetzt vier Teams. Interessant, ne? Du weißt ja, weil losfährt man erst los, ne? Echt? Hey, oh, ach so, ich habe die falsche Taste gedrückt. Oh, Mann, ich bin so blöd. Oh, nee, ne? Oh, noch, Digi. Guck mal an dir. Schnauze. Da, da kommt die Biene angeflogen. Bam. Ja, den hinter mir habe ich rasiert. So, rein in die Eichel. Kann man nicht irgendwie wie bei Mario Kart diese Sprünge machen oder so? Wo man dann noch so ein bisschen Boost kriegt? Das fehlt irgendwie. Oh, leck mich doch am Arsch. Was sind das für Kackbände hier? Was ist das für eine Gewitterwolke? Ja, habe ich auch gemerkt. Ist irgendwie so eine gefälschte Mario Kart Flitzwolke. Ich gebe doch schon Gas. Schneller. Mehr Gas kann ich auch nicht geben. Gebt Gas, sonst überhole ich sie. Was ist das für eine Scheiße hier? Ah, perfekt. Ah, lol. Ich habe meinen Alten verloren. Meinem Einsatz. Oh, zum Glück kam das Schild. Auch unbedingt Schilder. Ja, ich habe dieses komische Superman-Ding, aber das bringt irgendwie gar nichts. Das ist für eine Sekunde down, dann ist es schon wieder weg. Dem wie das Driften braucht man hier gar nicht. Nee, bis jetzt irgendwie gar nicht. Also, das bremst du ab? Ach, Mann, diese Scheiße-UFO hier. Was soll die Pisse? Ach, jetzt werde ich noch gebumst von hinten hier. Ach, Mann. Ich weiß auch nicht, weil ich davon halten soll hier von den Bombs. Gebumst, ja. Ja, komm, hau drauf jetzt. Ja, geht doch. Ja, geht doch. Ja, ich habe ihn weggebimst, ja. Ich habe ihn weggebimst. Was hast du jetzt gesagt? Ich weiß jetzt, wie die Rakete funktioniert. Ja, du musst ja einmal drücken und dann anvisieren und dann nochmal. Genau, und jedes Mal habe ich nochmal gedrückt und dann gingen wir halt einfach weg, weil da keiner war. Ja, ein Drif bei dir. Ja, 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 da malte ich dich. Oh, ja, genau vor die Fresse. Es geht nicht, ja. Ja, natürlich. Komm, weg mit dem Pisser hier, bam. Alle, äh, ja, toll, ich habe sie selbst besorgt oder so, ich weiß auch nicht. Was? Upsala. Ach, ne, ich meine hier selbst, äh. Ach, komm, den Sieg holen bei uns. Ich bin dabei. Ich bin dabei. Ach, leck mich nochmal, scheiße, Mann, die Eichel geklaut. Ja, der hat mir die Eichel geklaut. Ach, scheiß drauf. Ah, so ein Mist. Nicht-Scanner, originale Nicht-Scanner. Digga, scheine doch nicht so. Ich muss dich erstmal leiser machen hier. Wo ist meine Maus hin? Gibt es die nicht mehr, existiert die nicht mehr in diesem Leben oder was? Ah. Auch. Verpacken. Geest giao. Ja. Bigger krepp. Ich bin dabei. Wers利ge. Kannsnapa. Geist giao. Wenn du dir jemand Ecohrade. Si où weiß meine Maus. Säge. In dabei. Bezени良. Vielen Dank.